Willkommen zum King of Innsbruck Finale 2018, heute bei Top Bedingungen am Street Fighter Adventure Zoo Park. Zu meiner Rechten bin ich meine Team Jäger. Und zu meiner Linken, Louis Bleichner. Und in der Mitte, Mr. Sulemani und ich. Und 500 Bucks für den Winner. Und ja, wir starten. Ich glaube, ich muss mich fühlen. Und wir starten. Und wir starten. Jetzt im Tube. Surface Vom. I'm King. Highlighting. Max, Swap, Pumpkick Kreis der Geifen und weiter gehts Rallysplein vor Ort Schauen wir uns überhaupt hier vor Ort Wir sind noch 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 vor Ort Schöpfen können Jetzt ist wieder der Rallysplein Tschüss Kai دا haben sie beide nicht geschafft Und der Luy sagt wieder nach Äh wie sagt jetzt? Es ist leider nicht geschafft und es ist Zeit wieder zurück zu Paris. Die zweite Nostab kommt von Eri. Es gibt keine Buchstaben, es geht zurück zu Louis. Es gibt keine Buchstaben, es geht zurück zu Louis. Wir machen 2-on-to-switch und dann switch-lip auf das Waterfall. Front-out mit dem Tail-Tap. Der Tail-Tap-slash-Tracker. Ja. Und noch Aufstau. Keine Buchstaben. Jetzt kommt der Kleine hier vorne. Slip-on, Line-to-out. Und dann unten das Straits-Rohr. Lassen wir auf. Von AD in das Strait-Rail 50-50. Switch-out. Der von Louis war leider... Also der war so sick. Aber der Walli ja gemeint und AD drauf. Und nicht rein drehen. Deswegen... Keine Redemption. Aber Set geht zurück in Louis. Bei beiden nix. Deswegen geht es halt jetzt zurück zu Walli. Bei beiden nix. Deswegen geht es halt jetzt zurück zu Walli. Und hier also steht es. Louis ist jetzt halt auf dem Set. Jo, wir haben 270 auf dem Backslide. Louis ist leider nix geworden. Und dann war die dafür recht zu weit unten gelandet. Aber an sich war 270 auf dem Backslide. Also... Redemption und... 2... 2... 3... 4... King's Rail Durchfahren. 270 auf. Tres. Du bist ja mit Timon zusammen kämpfen, wie saust du? Der von Walli war leider auf gar keinen Fall und der von Louis war ziemlich knapp. Was? Ja. 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 Das Game ist vorüber und trotz ziemlich taffer Bedingungen mit schissen viel Wind und nicht der besten Sicht haben es die Boys ziemlich gekillt. Ja und es war echt und einfach, er drückt sie zum Stein, aber am Ende hat es für sich der Louis entschieden. Zweiten Platz, richtig nice. So, die Rocky Mountain Underground Skis gingen an den zweiten Platz an Walli. Congrats. Yeah. Dazu kommt noch ein 50 Euro Amstuhlwikenschein. Amstuhl. 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 Am Martin. In den ersten Platz unter anderem Sportstudent haben wir ein nutrituell Supplement. Weiter gehts mit dem Partychamp. �� sims Swiss. Auf Wiedersehen.